Trethofen, wo es der Brauch ist, legt man Kühe ins Bett. Alter Spruch. In den mittleren Jahren meines Lebens verbrachte ich als Inspektor eines Brandschadenversicherungsinstitutes vielfach im Außendienst, wodurch ich eine große Anzahl von Städtchen, Marktflecken und Dörfern kennenlernte. Das Merkwürdigste von diesen Dörfern war Trethofen. Es lag inmitten einer vollkommen ebenen Gegend, rundum nicht allzu weit entfernt von mehreren anderen Ortschaften, sodass ich mich im späteren Leben oft darüber verwunderte, wie es denn seine Besonderheiten so scharf ausgeprägt hatte bewahren können, mit denen in den anderen umliegenden Orten nichts von ähnlicher Art an die Seite zu stellen war. Als ich anlangte, fand ich ein sehr stattliches Dorf, eine Kirche von außerordentlichem, baulichem Reiz und in einem uralten Gebäude mit dicken Mauern, vielleicht erst ein Kloster, den Gasthof, anheimelnd und, wie ich bald sehen sollte, blitzsauber und mit vortrefflicher Küche. Meine tiefen Fensternischen im Zimmer ließen die Mächtigkeit der Mauern erkennen. Ich hatte eben die Reisetasche geöffnet, um mich mit ein paar Bürstenstrichen vor dem Abendessen in Ordnung zu bringen, als nach scharfem Klirren aus der Fensternische ein schweres Holzscheit herflogen kam und Donnern neben meinen Füßen auf den Boden fiel. Es war ein Viertelschwartling von einem starken Stamm und der musste mit erheblicher Kraft geschleudert worden sein, denn mein Zimmer lag im ersten Stock. Als ich zum Abendessen hinabging, nahm ich es unter den Armen und legte es neben mich auf die Banken der sehr behaglichen Wirtsstube unter dem alten Gewölbe. Danach, ich hatte schon gegessen, als der Wirt, ein hübscher Mann mittleren Alters, an einem Tisch kamen mit Verlaub platznah, fragte ich ihn, nachdem wir so dies und das geredet, auch wegen des in mein Zimmer hineingeflogenen Schwartlings, erhielt aber nur eine ganz unbestimmte Antwort, die etwa, ja, so geht's schon dahin, oder sonst in dieser Art gelautet haben mochte. Hiedurch ein wenig innerlich aufgebracht, fragte ich den Wirten im Hinblick auf jenen Schwartling, ob's denn hier so der Brauch sei. Er schien eigentlich meine Frage zu bejahen, äußerte aber im Ganzen nichts weiter als, ja, ja, der Brauch. Ich ließ ihn schließlich sitzen und ging, doch wohl einigermaßen verärgert, schlafen. Ich hatte bei Zeiten, am nächsten Morgen in den Wagen zu steigen, um mein Ziel zu erreichen. Ein Hof, bei dem mein Maschinenschuppen ausgebrannt war, mit Schaden an den Geräten. Es war vielleicht eine halbe Stunde bis dahin. Als ich schon rasiert am Fenster stand und eben hinabgehen wollte, um das Frühstück einzunehmen, bemerkte ich jenseits des Platzes einen schwarz gekleideten Mann, ich hielt ihn für den Mesner, welcher aus einer Seitentür der Kirche trat, dort, wo sich etwa die Sakristei hätte befinden können, und nun den schmalen Gehsteig entlang schritt. Zugleich aber aus einem der Häuser lief einer eilends hervor hinter ihm drein und versetzte jene Mesner, oder was er schon war, hinterwärts einen derartigen Fußtritt, dass der schwarz gekleidete Länge lang nach vorn fiel. Mehr als dies machte mich doch erstaunen, dass ein älterer Mann, welcher eben in der Gegenrichtung des Weges kam, an dem Getretenen und dem Träter, der übrigens gleich wieder in seinem Haus verschwand, vorbeischritt, ohne von den beiden und dem Vorgang irgendeine Notiz zu nehmen. Ich ging nun hinab zum Frühstück und bemerkte in der Vorhalle Anstreiche an der Arbeit, welche, wie ich sah, die alte Dünche schon abgekratzt hatten und die neuen Eimern bereit machten, deren mehrere in der Halle neben der Haustür standen. Als ich mein Frühstück eingenommen hatte, der Wirt bot mir während desselben einen guten Morgen, fragte ich jenen jedoch nach einigem Zögern, was denn der Auftritt mit dem schwarz gekleideten Wohl bedeutet habe. Nun auch er, der Wirt, so fuhr ich jetzt, hatte dabei zugesehen, weil die Fenster der großen Gaststube sich ja gegen den Kirchplatz öffneten, fand aber nichts weiter zu bemerken, als etwas von der Art wie, ja, der Mann hat's jetzt überhaupt schwer, auf den geht's jetzt los. Warum denn, rief ich. Aber aus einer mich hemmenden Vorsicht unterließ ich diesmal die Frage, ob's denn hier so der Brauch sei. Der Wirt schwieg schwermütig. Ich fragte nichts mehr. Vielmehr sah ich zu an den Eimern der weißen Brühe, die jetzt fast das Hausdorfer stellten, vorbei, und in meinem Wagen zugelangen. Ich brauchte weniger als eine halbe Stunde, blieb aber dann während zwei auf dem Hofe draußen. Nach Feststellung des Sachverhalts, der nichts auf grobe Fahrlässigkeit oder etwa kriminelle Momente hinwies, fuhr ich gemachsam nach Tretthofen zurück, durch die Hauptstraße in der Richtung, auf den Kirchplatz, mein Wirtshaus zu. In dem bemerkte ich voraus eine größere Gruppe von Dörfern, offenbar im Gespräch. Aber mein Staunen glich einem Schock, als ich wahrnahm, dass jenes Gespräch unter Begleitung und unausgesetzter Verübung von Handlungen vor sich ging, die anderwärts als schwere Prachtialitäten gegolten haben würden. Die Teilnehmer an der Unterhaltung verabreißten einander kräftige Ohrfeigen, ja Fußtritte, jedoch ohne ihre Unterhaltung dabei am Geringsten zu unterbrechen oder gar abzubrechen und auseinanderzugehen. Vielmehr schien das Gespräch zwischen allen Beteiligten in ständigen Flusse zu bleiben. Ich fühlte mich jetzt geradezu gefährdet bei plötzlicher Einsicht in meine Unfähigkeit zu solchem Gesprächsstil, den ich doch zugleich, ich muss es mir gestehen, bewunderte. Ich gab Gas und kam an der Gruppe Arsch vorbei und fußwärts raus. Nachdem ich auf mein Zimmer geeilt war und Bürsten, Kämmen und dergleichen in meiner Kassette versammelt hatte, stieg ich die Treppe hinab, legte die Tasche in meinen Wagen und bezahlte in der Vorhalle dem höflich dienenden Wirte meine Schuldigkeit. Unterm Tor aber, vor dem mein Wagen stand, machte sich mein hilfloses Staunen jetzt schon in Groll gewandelt endlich Luft. Was denn das solle, schrie ich den Wirt an und wies auf die Gruppe am Anfang der Hauptstraße, wo diese auf den Platz mündete. Und noch immer sah ich alle dort in der gleichen Art des Gesprächs, der gleichen lebhaften Tätigkeit. Ja, so geht's, so geht's dahin, sagte der Wirt langsam und in einem nachdenklichen Tone. Er sah hinüber. Ist der Brauch, brüll dich! Und jetzt schon hatte ich einen der Eimer mit Tünchen ergriffen und stülpte in diesen treffenden Schwunges über das Haupt. So gleich danach saß ich im Wagen. Nicht versagte mein Starter. Rasch zog ich davon, bedachte er aber mit tiefem Staunen, dass durch jeder troglodytischen Lebensart beruht sie nur fest in sich selbst etwas schlechthin Fassierendes eignet und gar für solche, die einen Ansatz dazu schon besitzen und mitbringen, der dann nur einer gewissen Entwicklung Bedarf. Vielen Dank.